Es ist kurz vor acht in Hannover, ich stehe vor dem Apple Store und gleich hole ich das Redaktionseifen ab. iPhone 7 Plus und neue Apple Watch Series 2, wieder erwarten noch bekommen. Ja, haben halt die Leute reingehoben mit den ganzen Bestellungen und haben wild auf laviert und damit haben sie aufgehört, als sie reingekommen sind. Hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte jetzt nicht die volle Apple-Erfahrung. Sehr freundlich gedient wurden und ging auch alles sehr zügig. Zuerst gab es gerade keine Watch 2, aber auf Nachfrage hatten es dann doch noch welche. Anscheinend nicht viele bestückt sein, aber von allen Modellen ein bisschen was. Das war für fast allen. Immerhin. So, Freund Kaffee.